Nur vier Tage nach seiner Hochzeit mit Freundin Erika Keuke, 34, stellte, 55, einen Antrag auf Annullierung. Laut Gerichtsunterlagen, die Uswikli, vorliegen, soll der Schauspieler während der Eheschließung in Las Vegas betrunken gewesen sein. Zudem gab der 55-Jährige an. Keuke sei nur hinter seinem Geld her gewesen. Keuke soll Unterhalt zahlen, doch die Trennung ist schwieriger als gedacht, wie TMZ. Berichtet, fordert die Maskenbildnerin nun eine offizielle Scheidung inklusive Unterhaltszahlung. Auch für die Gerichtskosten soll der Filmstar aufkommen. Sie behauptet, die Blitzhochzeit habe ihrer Karriere und ihrem Beruf geschadet. Für Keuke war es bereits die vierte Ehe. Bleiben Sie informiert. Mit dem Newsletter von heute.at Das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen, lm, let's block, et's. Why? a a t zu